So, und dieser Mann hat den gleichen Beruf wie Ringo Starr. Ringo Starr, ihr kennt Ringo Starr? Doch nicht so? Oder Schlagzeuger von Frank Schöbel? Ja, und beide haben aber trotz alledem einen Meilenstein in der Musikgeschichte hinterlassen, jeder für sich. Ringo Starr mit Yellow Submarine und er mit, na? TV-Show am Schlagzeug Klaus Schaafschwerer! Du bist der Fernseh-Liebling der Nation, man kennt dich auch und erst auf der Union. Aber du, du kennst und siehst mich leider nicht. Doch ich, doch ich, für dich. Du, 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 du Untertitelung. BR 2018